Wir sind jetzt erstmal ausgerüstet. I'll go! Was ist das? Gehen sie wieder ziemlich in den Schwarz-Ungar. Der Schwarz-Ungar looks like it'll put up quite a fight. You can always avoid it if you want. Fire! You should fight now. Newer! Alright! Give us your very best! Hey! Now is that going to be Newer? Strike! Time! Ha-ha! Fantastic! Duke got into the model of attack! I still don't have a level 3 skill. I still don't have a level 3 skill. Now I have a level 3 skill. Yes! A treasure chest! What magical wonders lie behind him? The RNG gods smile upon us! Hm! The RNG gods care! The RNG gods pay attention! The RNG gods care! The RNG gods do not even pay attention! The RNGs again! This one's a big library-like system! Kippa! Kippie! Kippie! Katze, die Kippen ist nicht mehr auf den Leckerlis. Oh, ich hasse es, wenn sie das tun. Weißt du? Ich hasse es, wenn sie das tun. So, von wegen, du suchst dir schon ein und dann kommt eine Szene. Das haben sie voll beschissen gemacht. Es ist doch kein Wunder, dass du dann entdeckt wirst. Aber ich wäre hier oben gelandet. Ich hätte nicht ganz easy peasy gehabt. So, ich muss mal die Katze mit Franz Leckerlis füttern. Guck mal, wer da angeschlichen kommt. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, heute noch Strikers durchzuspielen. An sich sieht es ja momentan gut aus. Joa. Keine Zeit Butter gekriegt. So, das wird doch sicher wieder so ein blöder, dämlicher Bossfight, oder? Oh, okay. Raume ignorieren. Ich bin mal ein. Ich glaube, wir können den Hauptmannsfeld über da hin. Okay, wir gehen da hin. Irgendwie so hinter der Punkt, wo ich mich ein bisschen über die Unkreativen und das geht hier auch so irgendwo. Weil sie haben es gerade halt nicht neu erfunden, sind wir ehrlich. Na, was bist du, Engel, Teufel? Ihr seht! Megatron! Da hängt! Es ist ein starker one! Es ist eine Schwanzweigness! Vornius! Nord! Thor! Kohulik! Principality! Mothman! Setanta! Keon! Elagor! Arsen! Vornius! Ihr seht! Es ist ein starkes, Beide! Oh, great, Joker! Oh, das war's. Hier! Komm! Ravage that! It's over! A true monster! Huh. Oh, boy. Persona! Got it. Take this. Here, come! Ravage that! It's over! Ja, was mich so an das machen muss, kann ich es nicht sagen, ich denke. Was ist das? Das war's. Gebi. Jetzt mecker nicht rum, junger Mann. Der wird nicht gemeckert. Ich teile mein Fleisch, mein Leben und mein Wasser mit dir. Kleiner Stinker. Das ist immer noch meine Wohnung. Ich bezahle mich denn nicht, ja. All are free to enter the promised land. This includes yourselves as well. Escape the curse of the human heart. Accept this gift, which is on you. Our apologies. But we shall be the ones to forge our own path. No way are we letting you wipe what makes us ourselves. I understand your desire. I want you choose my path of my own free will. Ich glaube, ich sehe das auch anders aus meinem Leben. That is a very admirable desire. However, it is not one many humans share. The desire of the masses is the liberation from pain and strike. They pray for release from the constant agony of aspirations and dreams out of their reach. They want to be free from the cycle of despair. My prime directive is to grant this ultimate desire. I know you have learned on your journey. Humans are at the mercy of their own hearts. And this can lead them astray. You are all very lucky this didn't become your own fate. However, you must recognize the truth that this world is full of pain. Allow me to provide proof of this fact. Kriegen wir jetzt einen mega Oberbösewicht. Monster. Nee, es sieht aus wie Yelda-Both. Bin ich traurig. Ich glaube, es ist schlimmer als Yelda-Both. Wo sind meine Freunde? Cheetah! Cheetah, Cheetah an die Wand. Jetzt muss ich mich ja selber versorgen. Ich will da aber nicht lang. Das erinnert mich ganz stark an Persona 4 gerade mit diesem Nebel und so. Hey, Emma. What should I do? Hey, where'd everybody go? What is this? I can't get anywhere in this place. Why does this always happen to me? I can't get anywhere. Nun, sind wir im боestern das Model? Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich bin einfach gegen eine ursichtbare Wand gerannt. Ich weiß nicht, was ich gerade ist. Genau. Es ist enorm. Wir haben noch nie gesehen, dass noch etwas zu nahe kommen. Daher der Größe ist auf wie viele Hörer die Emma verändert hat so weit. Wir haben unsere Arbeit geschlossen für uns. Also, was machen wir? Wollen wir in wiederholen? Nein. Das, wahrscheinlich, wird uns nicht mehr. Erinnerst du die Worte, die wir hörten? Sie waren so schwer. Von dem ich hörte, sie wollen die Emma schützen. Genau. Der Wille des Massen ist wahrscheinlich schützt, Emma. Der Wille ist gerade schützt, die Emma von uns. Wenn wir jetzt zurückkommen, werden wir nur wieder verlassen. Auch ich konnte nicht alle. Ich glaube nicht, dass ich dort hinbekommen werde. Aber ohne eine Route zu Emma, wie werden wir die Massen schützen? Sag, wenn das ein Wille ist, dann würde es uns nicht materialisieren, für uns, wenn wir eine Telefonkarte senden? Oh, ein guter Punkt. Wenn wir alles ein solides machen können, dann können wir nicht mehr den Weg schützen. Also, die Pläne ist, dass Emma eine Telefonkarte senden. Was denkst du, Joker? Oh. Klingt gut, finde ich. Hm. Was? 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 Was machen wir? Was machen wir? Well, was machen wir? Das ist ein Problem. Was machen wir? Ja. Was machen wir? Das hat du vertriert aufggen. Ist von dir nicht? Wenn wir uns nicht einmal aufdrehen. Was machen wir jetzt nicht? Nichts ist ignoriert oder verlangt in ihren Prozessen. Sie ist auch nicht möglich, dass sie verabschiedet werden oder verabschiedet werden. Aber wir sprechen über eine Karte. Ist das zumindest ein wenig verabschied? Mama hat dich immer wiederholt. Sie ist gut zu wissen, dass die Karte und ihre Funktion. Also, die Lache der Überraschung bei einer Karte tut uns aus der Veränderung in der Kognition brauchen wir. Die mehr wir darüber sprechen, die mehr sinnvolle eine Karte ist in dieser Situation. Aber ohne eine? Ja, ohne eine, wir werden nicht möglich sein. Als es die Leute fühlen, sie brauchen Emma. Wir haben keine Art von Eliminieren die Farbe. Was zur Hölle? Alle zusammen mit diesem großen, falschen Gott, wie ein paar Idioten? Was ist das? Das ist gut. In Wahrheit, warte. Ist das nicht wunderschön? Warum sind die Werte hier alle zusammen? Was ist das? Was ist das Kiffish? Ja, das. Es gibt keine Hälfte hier. Und niemand nimmt die Werte. Die Hälfte für die Werte. Die Schäden, die sie dort nehmen. Alle diese Dinge, die wir in die Vergangenheit gesehen haben, sind hier drin. Das ist sicherlich wegen der Unterschiede in der Wille zwischen den Werte der Werte. Wie so? In jeder Kälte vor dem, die Werte wurden für die Werte verletzt. Die Werte wurden für eine Werte verletzt. Im Kontext, Emma hat keine Werte verletzt. Sie wurden in der Werte von ihren Werte. Die Werte. Genau. Sie sind für ihre Werte, Emma, zu retten. Sie sind für ihre Werte verletzt. Sie sind für ihre Werte verletzt. Das ist das Grund, warum sie alle mit Emma stehen, in der Werte von einem Werte. Aber die Leute... ...eine Werte... ...eine Werte? Das ist so... ...eine Werte. 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 Die Massen. Verwenden wir Emma. Verwenden wir Emma. Wir stehen schon davor. Wir stehen schon davor. First, wir hacken zu Emma. Dann, wir senden unsere Telefonkarte zu den Werte. Wir sind auf dich, Oracle. Äh, genau! Hm. Jetzt, dass wir eine Strategie haben, müssen wir rausgehen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir sind sicher. Ich hab dich gemerkt, die Karte rundherstelle. Wir haben die Macken 2009. Wir sind theoretisch. Wir waren nicht mehr. Wir haben die Haltung. Juuu, Leak Loose, babe! Huh? Critical hit! That's too cool! You okay? Let's go! You okay? No! No! A question of distance! Please, allow me! Wait a minute! It's really good! Oh, baby! I hate it! He's the same passage on top... Jetzt! Jetzt! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Sie ist immer jokend! Schau mal! Schau mal! Vornehm! Hier! Wow! Das war unglaublich! Und doch mal Emmanuel Olli! Das war einfach! Es ist nur joker! 次 in der Regel! Zuk! Ich hab da einen kleinen Trick wegen meiner SP. Keine Sorge. Du schaffst das, Oracle! Keine Sorge. Steht sie jetzt in uns? Wie hat die sich durchgekämpft? Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Sofie, ich bin und schaute die Leute außerhalb der Tower bevor ich hier komme. Jetzt weiß ich, wie ein realer Mensch-Doll sieht. Ichi no sei. Wir können es überraschieren, schnell! Genau, habe ich. Also, der Hacker, die damals vor der ganzen Welt entdeckt hat mit einem Supergenius-A.I. Forscher. Talk about one hell of a turn-around! You've got it, Futaba. You've got it, Ichi no sei. Okay, let's get to work. I've got it! My friend and I, take a leap into the dance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schade, dass er so wenig spricht, ne? Ich should be the one thanking you I'm just glad I could help You're on Be careful out there Ichinose Ah, die gute Sachen. Showtime! Welchen Level habe ich denn jetzt eigentlich? 67. Okay, ich werde Level 70 nicht mehr erreichen. Egal was ich versuche. So, damit Franz jetzt hier nicht einen Herzkasper kriegt. Weil meine SP low sind. Ich habe mal so viel Geld. Ich muss ja mal ein bisschen was für meine Zuschauer tun, ne? Und wenn die einen Herzkasper kriegen, macht es ja keinen Spaß. Ich habe nichts Zutatiges mehr, okay. Ich habe halt einen Special Skill. Also was heißt die Skill? Wenn ich so einen All-Out-Attack oder so mache, dann regeneriert es ein bisschen SP. Okay. Mich fehlen aber ein bisschen. Und wenn ich dann halt eine ganze Zeit nur noch normal kämpfe, ohne SP zu verbrauchen, wiegt sich das schon fast wieder auf. Sobald wir dort sind, gibt es kein Zurück mehr. Das wird unsere letzte Schlacht. Glaubt mir. Jeder einzelne Phantom-Dieb wird sich da richtig ins Zeug legen müssen. Egal ob an vorderster Front oder als Verstärkung, alle müssen vorbereitet sein. Also Jogger, meinst du, dass alle bereit sind? Legen wir los. Alles klar. Los geht's. Leute, ich bin so aufgeregt. Ich fühle mich, als würde mich jemand rufen. Ich sollte nachher sehen. Was wäre hier? Was wäre denn? Was wäre denn? Wofür? Und zwar? Das ist keine Gottheit. Das ist ein falsches Propheten. Er ist ein falsches Propheten, von den Menschen, um ihre eigene Freude zu retten. In den kurzen Momenten, es war fast, als ob die Menschen die ihre Rechte zu retten. Aber sie sind immer noch im Chaos, generiert von dem falschen Gott, und haben noch zu völlig wundern. Diese Situation ist all zu ähnlich, zu dem, die du bereits erledigt hast. Außer den großen Varianten und Umständen, die Massen haben wieder versucht, die Bewusstsein zu verabschieden. Und zwar, steckst du immer weiter und rischst dein Leben für Menschen. Wir sind da, wenn man uns braucht. Und zwar, ohne Wunderschön. Du bist wirklich der Trickster. Durch dein Indubitabel will von Rebellion, du bist gelassen. Du bist gelassen. für die Menschheit war die Schlag die dich verabschieden von deinen Schrauben. Als du hierherst, du hierherst, du wirst den Ark. Das egotistical impostor auf der der von verabschieden. der Leid der Menschheit. Bitte, nicht fallen zu seiner Macht. Ich werde dich hier erwarten. Wir sehen uns wieder. Das ist sicher.